die möglichheit was hast du denn da hinten muss doch nicht gleich auf den baum klettern deswegen ja er will halt hoch hinaus der kleine ja da rastet hier gerade vollkommen auf ja ich habe ich dachte habe ja gesagt ich möchte jetzt auch noch mit ein und dann war da eigentlich mehr viel zu machen meine waffenverbesserung hilft also schon ein ich habe nämlich mal meine achse ein bisschen modifiziert ist mir erst nur die modifiziert flutter gab es ja wie was baumharz und zähne zusammen ergibt eine verbesserte lange im kombinationsmenü ja ja ich weiß was ich mache mal genau das gleiche das zeug mal zu jetzt schon verbessert wenn man von spontan ja eigentlich schon da wenn da ein zahn dran klebt ja das an der axt da müsste so ein kleiner zahn dran kleben also muss die achsen die mitte packen einmal baumharz und ein kombinieren kombinieren das ist aber schön dass die frau für uns schon kocht hier das ist schön das sehr schön ich sehe das ja gar nicht aber eigentlich habe ich es ja gemacht habe ich es ja kombiniert und habe es auch bei mir klebt an der klinge ein zahn und in der in der in dem in dem in der in der öffnung von dem links klick ein zahn drin okay das muss ja ich habe ja kein baumharz drin aber wir haben warum hast dich das nicht habe ich ja gehabt kann ja mal gucken ob du irgendwas finden das was bei dir also bei mir sieht es nicht so aus aber dann kann ich die von dir auch nicht sehen dann kann das sein dass ich es jetzt total nicht aber ist es ich habe baumharz reingesetzt und habt ja es sieht einfach aus dass du keine pukete auf der axt ja es wird jetzt hat dich regnet kriegst du kein wasser haben drei auffangstation aber kein kein wasser drin das ist aber auch kein wasser aus dem meer abfischen doch im topf der ganze nähe den ganzen abkochen hier offen ja das wäre jetzt der plan an der sache das wo der topf genau ist damit man das machen kann ja das ist hier rechts in richtung wo der baum ist da müsste ein zeltlager sein da sind also da die da die richtung genau 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 und dann müsste da kurz bevor du auf diese wo die wo da rechts diese diese dieses dieses diese küste die da raus geht ist da müsste linker seite ja ich gehe mal los ich wobei das ist dann einfach mal was zu trinken zu machen als warum nicht immer erwarten bis es regnet ich hoffe dass ich jetzt weiter gestört werde ich bin jetzt fast an der küste wo es da raus ragt aber ich zeltlager ist schon noch im wald drin oder so ne ne das ist das ist direkt dort dran praktisch auf der einen seite das kreuz wo das foto gefunden haben auf der anderen seite müsste halt dieses zeltlager sein ach da hinten ja ich habe es gesehen da ist der anker auch daneben so war es immer einen topf mit wo ist auch noch das klebeband ist aber hier das ist hier noch etwas mitnehmen können ich habe noch eine dose gefunden hier ist auch eine dose so oder noch hat sie braucht ja ich komme zurück ja Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. dann abgestürzt auf dem weg zurück vor allem man macht halt auf und es ist halt einfach man hat halt nichts nicht mann jetzt hast du getan ich bin verdurstet eben ach so ja wie gesagt ich habe jetzt einen topf noch mal wasser was auch immer der sieht auch dass der den trägt also dass der von irgendwie folgen könnte oder so den musst du auch erst mal irgendwo voll machen denn ich bin mit dem topf ins wasser gegangen nee da ist wie eine animation wo du den voll machen muss ich glaube das geht aber auch nicht am meer ich glaube bei uns dort in der nähe hat mich jvonne vorhin gesagt da gibt es irgendwo doch doch das geht doch doch aber ich habe die topf ist jetzt im wasser und der ist also ich kann kochen glaube ich ich glaube da steht jetzt auch mit wasser dran weil ich das jetzt verstanden jetzt zum beispiel auch noch zum teich wie ich gerade hier bin ich kann hier nicht nicht was ich kann hier nicht nicht mehr auf nein schade hätte so gut geklappt die frage ist wo ist denn hier irgendwo ein teich oder warum man das auffüllen kann der rost antwortet nicht als der rost antwortet nicht mehr auf der rost ein natürlich die frage ist Vielen Dank.